Wir sind jetzt wieder zurück im Keller, wo es ähnlich beschwingt, wie die Musik gerade eben zugeht. Und zwar geht es um etwas, was auf dem vorherigen Thema aufbaut, wo es um Service Design für Behördenleistung ging. Wir reden jetzt darüber, dass wer schon gewohnt ist, elektronische Behördenleistung zu verwenden, der braucht irgendwie auch ein Konto. Wo bin ich als Bürger irgendwie identifiziert? Wir wollen herausfinden, wie verschiedene Leistungen genutzt werden und welche Rolle dabei dieses Bürgerkonto spielt. Wie können elektronische Kanäle zur Mitwirkung an Politik und Verwaltung eingesetzt werden? Dieser Frage wird im Inputreferat Cedric Roar nachgehen. Cedric ist der Leiter der Geschäftsstelle E-Government Schweiz und zudem leitet er seit 2016 diese Geschäftsstelle und ist damit verantwortlich für die Umsetzung der E-Government Strategie Schweiz von Bund, Kantonen und Gemeinden. Eine ziemlich große Aufgabe, wo sicherlich auch Ihre Erfahrungen zehn Jahre als Softwareunternehmer dabei sind. Ich übergebe einfach mal für die Präsentation. Cedric Roar. Dijk. Ald Till, auch Stefanfeuer. Danke für den ersten Zugern. Hallo an alle und alle. Ich freue mich auch mit Ihnen, selbst in einem virtuellen virtuellen. Aber wie wir sprechen von digitalen, das ist nicht so großartig, dass wir uns in live und virtuellen heute mit Ihnen befinden. Ich möchte diese Intervention mit einer kleinen Anecdote. Ihr habt sicherlich alle, eine Woche oder auch, eine Nächste, zu dem Wohnen und zu einem neuen Appartement. Und für das, ihr habt, eine Woche oder andere, in ein Büro d'une Administration publique, insbesondere für ein extrait von Ihren Aussagen. Malheureusement, das ist, dass ihr diese kleine Afeichette dass der Büro ist, verletzt. Das ist nicht nur die Situation des Coronavirus, die uns gebracht hat. Aber das ist, dass die Büro aufbauen, zwischen 9 Uhr und 11 Uhr, und zwischen 14 Uhr und 16 Uhr, ihr habt, ihr habt, ihr habt, ihr habt, ihr habt, ihr habt. Es gibt, heute, ein bestimmtes die Bestätten sind, in der Linie. und das das die die Angelegenheit der Angelegenheit sehr einfach als die vor. Einmal für das Wichtigste, die die in der von der Angelegenheit, die Angelegenheit, die die Angelegenheit, die auf die Angelegenheit, die die Angelegenheit und Angelegenheit die weil ein sehr viele Arbeitsplätze sind in den nächsten Wochen. Und das wir haben, dass es eine Frage zu erhöhen, um die Offren in ligne zu erhöhen. Es gibt auch andere Auswirkungen zu dem Coronavirus. Ich zeige euch die Folgen. 12% der Personen sondert haben haben auch die Verwaltungen der Verwaltungen seit dem Anfang des Corona-Virus. Auch 3% haben die Verwaltungen durch die Verwaltungen durch die Verwaltungen durch die Verwaltungen. Nämlich, und das ist auch ein bisschen paradoxal, die Menschen haben, für viele, nicht mehr Verwaltungen und nicht mehr Verwaltungen aufgrund des administrations und das, das corresponde an 30% des Personen. Nämlich, wir sehen uns auch dass die Verwaltungen wollen diese Verwaltungen auch nach dem Ende der Krise. Wir sind nicht noch bereit zu sehen, heute. Es gibt natürlich die Verwaltungen in der Verwaltungen, aber das ist nicht nur der einzige und die Verwaltungen mit den Verwaltungen und die Verwaltungen haben die Verwaltungen und die Verwaltungen entwickelt, insbesondere die Möglichkeit für einen Beitrag zu dieser Wohnungen und die Verwaltungen für die Verwaltungen zur Verfügung der Welt. Das sind die Verwaltungen die Verwaltungen der Verwaltungen und die Verwaltungen aus den Verwaltungen Das se resumiert an fünf oder zehn Personen. Es hat also also einen anderen Weg zu kommunizieren mit der Bevölkerung. Und für das, die Autorität haben ihre Kommunikation durch ihren Seiten Web, oder durch andere Möglichkeiten, zum Beispiel die Geemind & News, oder Cross-Citee, die jetzt auch die Kommunen benutzen. Ich möchte nicht viel über diese verschiedenen Applikationen. Ich passe sehr schnell über diesen Slide. Jusqu'à jetzt, ich habe gesprochen von Prestation, aber wir haben nicht die Frage von dem Konten. Und die Frage ist, wie kann der Konten? wenn wir wollen, in der Zeit, die wir die Bestationen in ligne wollen. Ich nehme noch ein anderes Beispiel, hier, die mir kam ein paar Tage. Ich habe mich zu declarieren, dass ein Accident in ligne war. Und für das, ich bin auf der Seite der Assurance-Assurance, und ich habe, bei einem PDF, der mir die Ansonsten, der mir die accident ist. Ja, aber das PDF ist nicht so, ich habe einen Anwendungs-Ausrüst, die mir ermöglicht, die die kleinen Schritte an. Und wie ich ein guter Mitarbeiter der Administration fäderale bin, ich habe sogar sogar einen Anwendungs-Ausrüstung und den Anwendungs-Assurance-Assurance-Assurance-Assurance. Als sie ihn rekannten, sie mich auf die Anwendungs-Assurance-Assurance-Assurance-Assurance-Assurance-Sache. Aber sie me haben gesagt, sie haben mich zu sagen, aber sie haben sich zu sagen, dass sie nicht so, dass sie nicht so, wie sie es ist. Imprimé, vous devez le signer, vous devez le rescanner et vous devez nous le renvoyer. Alors, je l'aurais écrit que je n'étais pas d'accord et que j'avais une signature numérique qualifiée qui rendait ce document inviolable et donc qu'il était même encore plus sûr que n'importe quelle signature que je pourrais apposer jamais à ce document. Néanmoins, j'ai dû bien vite déchanter parce que l'assurance m'a simplement dit « Bon, eh bien, si c'est comme ça, on n'entre pas en matière, on ne prend pas en compte votre annonce d'accident. » Très bien. Alors, à quoi pourrait servir un compte citoyen dans ce sens-là ? D'abord, ce compte citoyen vous permettrait, une fois que vous êtes logué dans ce compte, eh bien, vous permettrait d'obtenir les prestations qui vous sont réellement attribuées. Cédric Roy, lui, n'a pas d'enfant. Pourquoi est-ce qu'on devrait mettre en avant des prestations telles que les crèches ou bien les subsides pour les enfants ? Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'on me dirait au mois de septembre, dans le fond, maintenant, c'est le temps de renouveler ton permis de chasse ou bien au mois de mars, ton permis de pêche ? Je ne suis ni chasseur ni pêcheur. Par contre, ce qui m'intéresserait, c'est qu'en mars, quand je me connecte, je puisse avoir accès directement à ma déclaration d'impôt. Parce que c'est à ce moment-là, précisément, qu'il est nécessaire pour moi de remplir mes obligations de citoyen. Ça me permettrait aussi, par rapport à cette déclaration d'impôt, de ne pas avoir à ressaisir des informations que l'administration connaît déjà de moi. Donc, mon compte citoyen connaisse mes informations personnelles et puisse pré-remplir des formulaires. Ça permettrait aussi d'avoir des processus qui sont entièrement dématérialisés. Donc, je lance, par exemple, ma demande auprès de mon assurance maladie ou accident et tout le processus se déroule, en fait, à l'intérieur de cet environnement numérique et non plus à travers du papier, où il faut recevoir le papier, signer, renvoyer, etc. Donc, ça nous permettrait de suivre l'évolution du processus. C'est en particulier important pour tout ce qui est autorisation de construire, notamment, vous déposez votre demande d'autorisation de construire auprès de votre commune. Ensuite, ce document est transféré auprès du canton, éventuellement auprès de la Confédération. En fait, vous n'avez pas de suivi de ce qui se passe dans le processus, alors que si vous aviez un compte citoyen, on pourrait très bien imaginer intégrer cette prestation-là. Donc, de nouveau, un ajout de transparence. auprès du citoyen. Ça permet ce genre de choses, mais il y a un élément qui est fondamental et ça, le compte citoyen ne le règle pas. C'est la question de l'identité électronique. En fait, pour pouvoir utiliser un compte citoyen, vous devriez aussi pouvoir vous loguer et donc d'avoir une identité qui a été reconnue par une autorité. Pour terminer ce slide, je dirais un compte citoyen, c'est bien, mais pas un compte citoyen pour la commune, un autre pour le canton et un autre pour la Confédération et encore un autre pour le district, mais bien un seul compte pour l'ensemble de toutes les autorités. Et que ce compte-ci soit, en fait, votre contact avec l'autorité. Aujourd'hui, tout le monde a certainement plusieurs banques. Eh bien, vous avez à chaque fois un compte avec une identité et ça, c'est quelque chose qu'il s'agirait absolument d'éviter. Voilà ce que je peux vous dire sur le compte citoyen. Et vous avez peut-être vu que j'ai passé très rapidement sur ce slide-ci. E-Governement Suisse, l'organisation E-Governement Suisse telle qu'elle a été présentée, qui est une organisation verticale, Confédération, canton et commune, qui a un plan de mise en œuvre. Eh bien, cette organisation s'engage précisément à développer des prestations et à faire en sorte que, éventuellement, à terme, un compte citoyen soit aussi développé. Merci beaucoup. Merci à toi. Ja, wir sind schon am Ende von dem Talk. Vielleicht hätten wir noch kurz Zeit für ein, zwei Fragen. Auf Deutsch, sicher? Ja, ja, sicher, kein Problem. Leider ist mein Französisch nicht ganz so gut, aber ich habe, stellenweise, habe ich verstanden. Es geht um Dokumente und Abheften und sehr, sehr mühsame Schritte. Und ich meine, ich denke, die Slides haben das auch sehr gut erklärt. Mich würde interessieren beim Bürgerkonto, inwiefern gibt es Misstrauen vielleicht auch dem Staat gegenüber, dass man zu sehr abgeheftet ist. Vielleicht wollen manche ja genau diese Anonymität gegenüber gewissen Stellen. Oder hat das eigentlich nur Komfortvorteile, dass es keine Bedenken gibt? Wenn ich in französisch bin, kann ich sagen? Ja. De mon point de vue, la confiance entre le citoyen et l'autorité est bien établie. On a une administration qui depuis, grosso modo, 1868, fonctionne bien en Suisse, avec la première version du fédéralisme. Donc les gens ont confiance en leur autorité. Le problème qui se pose avec le numérique, c'est qu'est-ce que l'autorité fait de mes données ? Est-ce qu'il est possible de faire des recoupements, par exemple un appartement à Verbier, ou bien une voiture déclarée au service des automobiles, ou bien etc. Donc le fait que tout à coup une administration, comme par exemple l'administration des contributions, puisse avoir accès à certaines informations qui sont dans un autre cluster, comme celui de la circulation ou des bâtiments. Et ça, ça peut poser des questions de confidentialité et de confiance des citoyens auprès de leur administration. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le numérique qui change ça. C'est le fait que tout à coup les choses sont plus facilement combinables les unes aux autres. Donc, c'est juste des Vorteils ? Je vois que les bénéfices des citoyens, mais aussi les bénéfices, qui sont pour la population, ont des bénéfices, sont des bénéfices. Et je ne vois pas d'un bénéfice, parce que c'est une bénéfice d'administration. Et ce n'est pas quelque chose de autre chose. C'est un gain par rapport à la situation actuelle. C'est un gaine de l'administration. 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 Oui, c'est un gaine.